ok ich hoffe mal ist nicht allzu groß sagt das nachfolgende programm verschiebt sich ein bisschen klopf klopf einer da ok doch da sind wir aufgegangen das hat nicht gestört dass ich gegen gehauen habe ok da hat sich gesagt woanders so dann schauen wir mal hier hinein also in die urne und in den gang was ist das steinsänger haben wir glaube ich schon aber das sieht halt es liest sich wie eine questgegenstand das ich jetzt nicht behaupte mal also ich behaupte nicht dass es ein questgegenstand ist ich vermute es ist ein wenn das so weitergeht dann die Taschen gleich wieder voll ich hab doch gehofft das ist nur was kleines bin ich nicht wie immer ich geh mal kurz in eine ruine ganz kurz ich verspreche es stünde in spät also jetzt wirklich boliger trauge die sind neue oder schweißen politen trauge sehen kann ich mich jetzt nicht dran erinnern da möchte ich am besten nicht reinfallen da möchte ich am besten nicht reinfallen wir gucken gleich mal hoffe ich fliege nicht auf die nase so aufnahme ist noch am laufen das ist gut aber ich kann mal wieder was trinken das ist gut ich hoffe mal ich kegel die flasche nicht vom tisch dann wird ein paar langsackt so ok hat funktioniert irgendwie ich höre noch irgendwas ach denn da unten schlafen sie gut hallo darf ich jetzt vielleicht mal ach ist das nervig ich bin dran ok ich bin dran auf den arsch dann lass uns doch nochmal hier hoch gucken ich glaube hier waren wir auch noch nicht am arsch aber richtig am arsch aber richtig also hier waren wir auch noch nicht geht es berg runter also man könnte quasi wahrscheinlich auch von hier das ganze erreichen behaupte ich mal ja ja das ist der weg rein von der anderen seite auch sehr imposant aus also heutzutage sind das also heutzutage in in skyrim sprache sind das ja begeräten städte aber das waren glaube ich mal so wohnhäuser ne das haben wir schon erkundet das ist aber noch wieder zugedeckt worden von der Karte, warum auch immer. Äh, macht gar keinen Sinn. Äh, kommen wir da rein? Weil wenn wir da jetzt nicht reinkommen... Also, dann... Also, ich geh jetzt so oder so nicht rein. Dann brauch ich nämlich nur noch ins... Okay... Ich... Frag einen Freund. Okay, das ist für eine Quest da. Das ist definitiv für eine Quest da. Dann lass uns mal... Nach Weislauf. Und mal nach den Masken schauen, wie viel wir haben. Und, äh... Wenn wir nicht alle Masken da haben... Stimmt, ohne Helm. Wahrscheinlich... Quatschen mich erstmal die Kinder wieder zu. Nicht? Okay. Ist auch in Ordnung. Ähm, dann... Geht's mit der Mager-Quest-Reihe erstmal weiter. Äh, wir haben... So, noch nicht... Holzmaske kommt da hin. Uns fehlt noch Kunarik. Urukai... Und... Nakrin. Also, drei Stück fehlen uns noch. Warum ich den dabei hatte, weiß ich nicht. Schild von Iskomora. Spellbreaker. Ach ja. Das hatte ich euch gar nicht... Ja, ich hab... Den... Den Schild hab ich hierhin gehangen. Den Spellbreaker. Der ist unsichtbar. Aus welchem Grund auch immer. Stab von Magnus. Der fehlt uns noch. Shalidos Stab haben wir. Magnus Stab fehlt uns noch. Wutrat. Wutrat. Ebony Blade. Harkon Sword. Ebony Blade haben wir auch noch nicht, ne? Und den Dawnguard Rune Axe. Die fehlt uns auch noch. Fehlt auch noch Kleinkram, glaub ich. Ähm... Ja, das fehlt auch noch. Abgeschlossen. Wissende Alten. Ja nun. Aldui ins Fluch. Oh, das ist Hauptstory. Wie ist die Schriftrolle der Alten an der Zeitrunde? Äh... Ne. Gerade nicht. Aber danke. Dann machen wir folgendes. Dann machen wir erstmal MagerQuest. MagerGildenQuest. Und dann erkunden wir hier so ein bisschen weiter. Verlassenes Gefängnis. Das wird jetzt nicht so... Also das wird nicht so groß sein. Ahn schon mal Heiligtum. Äh... Das Gefängnis... wird auch nicht so groß sein. Und die... die Dinger hier sowieso nicht. Aber... Das machen wir dann nach der Questkette. Hier oben ist eine verlorene Hülle noch. Dann lasst uns erstmal... Wie gesagt, das erledigen. Auf zur Akademie. Das... wartet schon viel zu lange. Dass wir mal Erzmagier werden. Ich muss dann tatsächlich jetzt auch nochmal... ins Questlog schauen. Aldi ins Fluch. Nein. Gute Vorsätze. Sprich mit Teuftier. Wir haben noch Teuftieres... äh... Destillierkolben bei uns, ne? Mal gucken, dass wir die mal abgeben. Ähm... Versammlung oder was? Ihr braucht etwas? Was denn jetzt? Äh... Ne, ne, ne. Passt schon. Passt schon. Ich will nicht mehr Quests als ich... Es gibt nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit wohnen. Lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe dafür zu... Boah, Alter. Ja. Wisst ihr, es heißt, das Wissen an sich ist schon Belohnung genug. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Nein. Ähm... Warte mal. Ähm... Die Illusion genießt unter den Schulen der Magie die geringste Wertschätzung. Verstehe ich es aber nicht, aber gut. Das Tagesgeschäft fällt unter meine Verantwortung. Das bedeutet, wenn ihr zu einem Problem werdet, schickt man euch zu mir. Ich bin eure Lösung nicht das Problem, aber in Ordnung. So. So. Toilf dir. Wo ist er denn? Ich glaube, so fern sind wir vom Beenden der Quest auch nicht mehr, ne? Gut zu sehen, dass es in Himmelsrand immer noch so gute Menschen gibt. Ihr gebt einem alten Mann Hoffnung. Könntest du Hilfe gebrauchen? Nun ja, es ist mir recht peinlich, aber ich scheine etwas verlegt zu haben. Und was wäre das? Ich kann meinen Destillierkolben nicht finden. Ich könnte wohl einen anderen nehmen, aber... Nun, es hört sich albern an. Aber meiner hat einen sentimentalen Wert. Wenn ihr ihn zufällig seht, könntet ihr ihn mir dann bringen? Ja, na klar. Ah ja. Danach hatte ich gesucht. Vielen Dank. Ich schleppe ihn schon ewig mit uns rum. Äh... Buruk meinte, ich soll zu euch gehen. Ach, hat er das? Hat er irgendwelche Informationen zu unserer wundervollen Entdeckung? Ist es das über einen Gegenstand, der unterhalb von Saatal vergraben wurde? Etwas, um das sich Menschen und mehr gestritten haben? Ich muss es noch einmal lesen. Ich erinnere mich nicht mehr an die Einzelheiten. Ich kann mich einfach nicht davon losreißen. Was es auch sein mag, so etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Wenn ich noch einen Moment damit verbringen dürfte, könnte ich vielleicht noch einige Beobachtungen machen. Ihr habt sicher bereits die Zeichen bemerkt. Sie sind ganz anders als alles, was wir zuvor gesehen haben. Lass dich von Teuf dir einweisen. Ich will nicht in die Klapsmühle. Ach. An Kano. Oh, egal. Aber könnt ihr das spüren? Dieses fantastische Objekt. Es strahlt förmlich Magiker aus. Und doch ist es anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Ich mag den Heinz nicht. Erzmagier Ahren ist bereits in die Arbeit vertieft. Und so werden wir hoffentlich bald mehr wissen. Ich störe nur ungern, aber ich muss sofort mit eurem Kollegen sprechen. Das ist sehr ungebührlich. Wir führen hier ernsthafte Forschungsarbeiten durch. Ja, die Wichtigkeit ist mir bewusst. Hierbei handelt es sich aber um eine Sache, die nicht warten kann. Nun, ich bin sicher, ich bin noch niemals auf diese Weise unterbrochen worden. Was für eine Dreistigkeit. Wir setzen dies wohl lieber später fort, wenn wir Unterbrechungen vermeiden können. Gerne. Ihr müsst sofort mit mir kommen. Gehen wir. Und warum? Wirklich? Dann lasst mich die Situation erläutern. Ich würde gerne wissen, warum jemand hier in der Akademie behauptet, Mitglied des Sidgik Ordens zu sein. Aber was noch wichtiger ist, ich würde gerne wissen, warum er konkret nach euch fragt. Wir werden also ein wenig mit ihm plaudern und herausfinden, was genau er will. Ihr seid nicht nur Berater, oder? Eigentlich schon. Aber ich bin dem Altmeerebund immer noch verpflichtet und kann diese Situation nicht ignorieren. Keine Sorge, ihr könnt zu euren kleinen Streitereien und bedeutungslosen Forschungsarbeiten zurückkehren, sobald diese Angelegenheit erledigt ist. Es ist ein arroganter Sack, ne? Ihr werdet mit diesem Mönch reden und herausbekommen, warum er hier ist. Danach werden wir ihn vom Akademiegelände entfernen. Ich entferne dich gleich vom Akademiegelände. Sprich mit Kwanari. Buch? Bitte macht euch keine Sorgen. Ich will euch nichts Böses. Ach, Kwanir. Entschuldigung. Es ist schön, euch persönlich kennenzulernen. Was ist denn passiert? Ich möchte einfach nur mit euch reden. Ich habe uns die Möglichkeit verschafft, ganz unter uns zu reden. Aber das kann ich leider nicht lange. Wir müssen uns kurz fassen. Die Situation hier an eurer Akademie ist von entscheidender Bedeutung. Und unsere Versuche, euch so wie vorher zu erreichen, sind gescheitert. Ich glaube, der Grund ist eben das, was uns so beunruhigt. Dieses Objekt. Das Auge von Magnus, wie eure Leute es jetzt nennen. Die Energie, die es aussendet, hat verhindert, dass wir euch mit den Visionen erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss. Ja, dann nimm es doch mit. Wenn es gefährlich ist, warum endet ihr nichts daran? Das wird leider nicht so einfach sein. Ihr müsst verstehen, dass der Sijic Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ancano, eurem Kollegen bei den Talmor. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Ja, und was genau ist das Problem? Wie soll ich eurem... Ja gut, warum sollten wir ihnen vertrauen, ne? Ich nehme an, ihr bezieht euch auf Ancanos Abneigung gegen den Sijic Orden. Die Talmor sehen unseren Orden als Bedrohung an, weil wir mächtig sind und ihnen nicht gestatten, uns zu kontrollieren. Ich verstehe. Ich versichere euch, dass wir euch nichts Böses wollen. Und was genau ist euer Problem? Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Was erwartet ihr von mir? Wir glauben, dass ihr euch um die Konsequenzen kümmern solltet. Aber wir können nicht voraussagen, wie diese aussehen werden. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Okay. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Okay, und wer ist der Augur von Dunlein? Er war früher Schüler hier an der Akademie. Jetzt ist er etwas anderes. Wo finde ich diesen? Ich, ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können. Aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten so gut wir können. Danke. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Gib mir Mühe.